Willkommen in einem neuen Video im Modul verteilte Systeme. Heute soll es um die OSI Schicht 4 gehen, um die Transportprotokolle. Sie können sich vielleicht erinnern, dass wir in den bisherigen Videos uns nach und nach durch die verschiedenen Schichten des OSI Protokollstacks oder auch der Protokoll im Internetmodell durchgearbeitet haben. Wir haben bereits kennengelernt, wie der Netzzugriff passiert in lokalen Netzen, am Beispiel vom Ethernet und am Beispiel von WLAN. Somit sind wir jetzt also in der Lage, in einem lokalen Netz zwei Computer direkt miteinander sprechen zu lassen, beispielsweise über einen Switch. Darauf haben wir jetzt drauf gesattelt in dem letzten Video die Internetprotokolle IPv4, IPv6 und dort gab es ein neues Konzept, nämlich die Idee des Routing oder auf Deutsch der Vermittlung. Und damit sind wir jetzt in der Lage, verschiedene lokale Netze miteinander zu verbinden. Das heißt, die Computer können jetzt nicht mehr nur innerhalb eines lokalen Netzes miteinander reden, sondern sie können auch mit Rechnern in anderen lokalen Netzen kommunizieren. Der Router in den beiden Netzen ist jeweils dafür zuständig, das IP-Paket zu nehmen und an den nächsten Router weiterzugeben. Das passiert Hopp für Hopp, sodass wir am Ende eine durchgängige Kommunikation haben zwischen beliebigen Rechnern im globalen Internet. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Adressierung. Wir hatten also kennengelernt, dass es in der Vermittlungsschicht nochmal ein eigenes Adresskonzept gibt, damit man unabhängig von der Art und Weise, wie das lokale Netz technologisch Daten austauscht, trotzdem eine Maschine in einem beliebigen anderen Netzwerk, lokalen Netzwerk, adressieren kann. Und somit sind wir eigentlich fertig. Man könnte an dieser Stelle jetzt aufhören und sagen, wir haben ein weltweites Netzwerk geschaffen. Dieses weltweite Netzwerk erlaubt beliebigen Geräten, Computern, Smartphones oder sonstigen Dingen miteinander zu kommunizieren, IP-Pakete auszutauschen. Somit können wir direkt jetzt die Anwendung obendrauf satteln. Jetzt sehen Sie aber in den Modellen der Protokolle in verteilten Systemen, sowohl im OSI-Modell als auch im Internet-Modell, dass es zwischen der Vermittlungsschicht oder der Internetschicht und den Anwendungen irgendwie noch was gibt. Im OSI-Modell sind es einige Protokolle, einige Schichten. Wir sehen also sowas wie Transport, Sitzung und Darstellung. Im Internet-Modell hat man nur noch die Transportschicht dazwischen. Das heißt, zumindestens an dieser Stelle sind sich die beiden Modelle oder Protokollkonzepte oder Architekturen einig, dass man oberhalb von Vermittlung von Daten irgendwie nochmal separate Protokolle braucht, bevor man dann tatsächlich zur Anwendung kommt. Sie sehen auch in der Übersicht, dass Fragen von Sitzungsmanagement und von Datenkodierung, also der Darstellung von Daten auf dem Draht, im OSI-Modell mit eigenen Protokollen geregelt werden sollen, während im Internet-Modell das die Anwendung selber macht. Wir befinden uns ja sozusagen im Internet-Modell. Das ist also das, was wir in unseren eigenen Geräten in der Praxis sehen. Und deswegen ist es zumindestens notwendig in dieser Veranstaltung, dass wir uns mal über Transportprotokolle unterhalten und die Frage, welches Problem da eigentlich gelöst wird. Sie sehen zwei konkrete Protokolle, die im Internet-Modell, also in der heutigen Praxis, dafür relevant sind, nämlich TCP und UDP. Und in diesem Video werden Sie heute erfahren, warum wir zusätzlich zu den Fähigkeiten vom IP auch noch diese beiden Protokolle obendrauf brauchen. Schauen wir uns das mal im Detail an. Der Stand, den wir bis jetzt haben, ist der, dass wir Layer 3 verstanden haben. Das heißt, die Vermittlung ist geregelt. Wir können also jetzt uns darauf verlassen, dass zwei LANs mit irgendeiner Technologie miteinander verbunden werden können über Routing. Das geht anhand der IP-Adressen. Das heißt, der Router kann anhand der Ziel-IP-Adresse entscheiden, in welche Richtung er ein Paket weiterschickt, bis schließlich das IP-Paket beim Ziel-Netzwerk ankommt und dort an den entsprechenden Server weitergeleitet wird. Wichtig an diesem Bild ist, dass Sie sich klar machen müssen, dass wir hier über IP-Adressen für Maschinen reden. Das heißt, jeder Computer hat pro Netzwerkkarte, aber demzufolge pro LAN, eine einzige IP-Adresse. Das ist die Identität der Maschine im weltweiten Netzwerk. Und wenn ich jetzt ein Datenpaket als Anwendung an einen Server schicke, dann drücke ich mit der IP-Adresse wirklich nur aus, ich möchte es an diesen Computer schicken. Ich möchte diese Anfrage an den Web-Server von Google schicken, an den Web-Server der Beuthochschule. Und das reichte in den Anfangszeiten des Internets völlig aus. Man hatte gesagt, okay, wir stellen jetzt einen Web-Server hin, der hat eine IP-Adresse. Wir stellen einen FTP-Server hin, der hat eine IP-Adresse. Und wir stellen einen separaten E-Mail-Server hin, der hat auch eine IP-Adresse. Und somit war das am Anfang völlig okay und genau das, was man brauchte. Irgendwann, also wenige Jahre später, kamen drei Herren, Clark, Pogren und Reed, auf den Gedanken, sich nochmal genau darüber auszutauschen und nochmal genau zu analysieren, was man eigentlich von so einer skalierbaren, weltweiten Netzwerk-Architektur erwartet. Und was da rauskam, ist ein sehr bekanntes Konzept in den verteilten Systemen, was auf den ersten Blick eventuell überraschend ist. Und zwar das sogenannte Ende-zu-Ende-Prinzip oder anders gesagt das Konzept, ein Netzwerk sollte dumm sein. Damit ist gemeint, dass man versuchen sollte, die Komponenten, die das Netzwerk zusammenhalten, und das sind im IP die Router, möglichst einfach zu halten. Warum ist relativ klar, wenn so ein Internet immer mehr wächst und wächst, immer größer und größer wird, dann ist es relativ schwierig, dafür zu sorgen, dass alle Geräte miteinander harmonieren. Alle Geräte sollten gleiche Protokolle sprechen, sollten sich austauschen können. Man muss über Subnetze, über IP-Adressen verhandeln. Es gibt also sehr viel Komplexität, die sowieso schon da ist. Und demzufolge sollte man nicht der Versuchung erliegen, jetzt auch noch möglichst viele Probleme in den Routern regeln zu wollen. Ein schönes Beispiel ist die Sicherstellung von Qualitätsanforderungen. Sie möchten also vielleicht sicherstellen, dass ein YouTube-Video von einem besonders gut zahlenden Kunden mit hoher Bandbreite geroutet wird, während Studentinnen und Studenten, die irgendwie ganz wenig Geld bezahlen, die sollen weniger Bandbreite auf den Routern bekommen. Und solche Ideen gab es in den Anfangszeiten der Standardisierung des IP-Protokolls und man hat es dann letztendlich nicht durchsetzen können. Das heißt, die entsprechenden Bits existieren im IPv4-Header, werden aber in der Praxis kaum bis gar nicht benutzt. Und daran sieht man, dass komplexe Mechanismen sehr schwierig zu managen sind, wenn sie ein so großes System wie das Internet haben. Daher war die Idee von diesem Paper zu postulieren, dass man Netzwerke dumm gestalten sollte. Das heißt, man sollte versuchen, sehr, sehr viel Logik, sehr, sehr viel Komplexität, sehr viele Details von Verbindungsmanagement, von Gütekriterien nur an den Endpunkten zu realisieren. Also beim Sender und beim Empfänger. Wir haben ja einen Sender für ein IP-Paket, der schickt sein Paket über den Router auf die Reise und wir haben einen Empfänger für das IP-Paket. Und vielleicht ist es möglich, nicht alles, was man für diese Übertragung braucht, auch noch in die Router-Protokolle, also sprich in IP, mit hinein zu prügeln, sondern vielleicht kann man das einfach nur an den Endpunkten regeln und die kümmern sich darum. Und das ist die Idee beispielsweise bei der Frage, wie man umgeht mit Paketverlust. Stellen Sie sich also vor, Ihr Browser schickt jetzt eine HTTP-Anfrage los, HTTP ist die Anwendung, Layer 7, und auf der Strecke zum Server gehen IP-Pakete verloren. Wer soll sich jetzt darum kümmern? Man könnte erwarten, dass das die Router auf der Strecke machen, dass also vielleicht ein Router, wenn er das weiterleitet an den nächsten Router, kurz überlegt, ob das wirklich angekommen ist und notfalls sich das merkt und nochmal schickt. Das ist aber sehr aufwendig, weil dann bräuchte der Router auf der Strecke mehr Speicher, mehr Logik, mehr Komplexität. Also hat man gesagt, die Verantwortung mit Paketverlust umzugehen, liegt nicht bei den Routern auf der Strecke, die dürfen Dinge einfach wegschmeißen, sondern darum muss sich der Sender in Zusammenarbeit mit dem Empfänger kümmern. Und somit verlagert man also Verantwortung für bestimmte Dinge auf die Endpunkte, das Ende-zu-Ende-Prinzip. Das heißt, das routende, das vermittelnde Netzwerk ist dumm und sehr einfach und hat möglichst wenig Logik, während die Endstationen über spezifischere Protokolle miteinander direkt Dinge aushandeln können. Das eine Beispiel ist Paketverlust, das andere Beispiel, wo dann auch jetzt der Layer 4, die Transportprotokolle relevant werden, sind mehrere Anwendungen pro Server. Nehmen wir also nochmal unser Bild mit dem weltweiten Routing und stellen wir uns jetzt mal folgende kleine Änderung vor. Wir haben pro Server-Maschine nicht mehr nur ein Programm, das läuft, sondern mehrere Programme, die auf eingehende Daten warten. Wenn Sie schon mal mit Servern oder mit Unix-Systemen gearbeitet haben, dann wissen Sie, was SSH ist. Das ist die Möglichkeit, eine entfernte Konsole, ein entferntes Terminal auf einem Server zu haben, um dort Kommandos eingeben zu können, damit man also beispielsweise Administration machen kann. Und es ist sehr üblich, dass man auf einem Web-Server, wo also ein Apache Web-Server oder was auch immer läuft, zusätzlich noch einen SSH-Server laufen hat, weil man möchte auf der einen Seite, dass der Web-Server seinen Dienst tut, also HTTP-Anfragen beantwortet. Man möchte diese Maschine aber auch administrieren können aus der Ferne, ohne jedes Mal ins Rechenzentrum zu gehen und dort irgendwelche Schränke aufzuschließen. Und somit laufen wir jetzt plötzlich auf einem Computer, auf einem Server-Computer, mit einer IP-Adresse, zwei Anwendungen. Und auch hier ist wieder die Fragestellung des Ende-zu-Ende-Prinzips, wer soll sich mit diesem Problem beschäftigen, dass wir jetzt plötzlich Daten haben, die an die IP-Adresse gehen, aber wo auf der Empfangsseite entschieden werden muss, geht es jetzt an die Anwendung oder an die Anwendung, weil die IP-Adresse gilt für die Netzwerkkarte. Somit landen Daten für den SSH-Server und Daten für den Web-Server alle auf der gleichen Netzwerkkarte, alle auf der gleichen IP-Adresse. Wie soll jetzt das Betriebssystem von dem Server entscheiden, wer was kriegt? Und diese Problematik löst man nicht im IP-Protokoll, weil dann müsste man es in allen Routern auf der Strecke irgendwie auch mit rein implementieren, sondern man löst es an den Endpunkten. Man versucht also diese Schwierigkeit dadurch zu lösen, dass man auf dem Client und auf dem Server jeweils zusätzliche Protokolle etabliert, die über IP transportiert werden, damit man mit dieser Fragestellung umgehen kann. Und das Konzept, was dahinter steckt, und das kennen Sie alle vermutlich schon aus der Praxis, sind Portnummern. Portnummern sind einfach nur Zahlen, die auf einem Computer festgelegt werden können, im Bereich bis 65.535. und jede Anwendung, die auf einem Server läuft und jede Anwendung, die auf einem Client läuft, bekommt eine Portnummer. Anhand der Portnummer kann ich jetzt für die gleiche IP-Adresse unterschiedliche Anwendungen adressieren. Das heißt, ich füge jetzt ein Konzept hinzu, womit ich nicht mehr nur die Maschine adressiere, sondern IP-Adresse plus Portnummer adressieren ein bestimmtes Programm, ein Serverprogramm, auf einem Computer. Man wird also eine Stufe genauer. Und diese Portnummern sind letztendlich etwas, wovon die Router keine Ahnung haben. Die Router gucken sich nur die IP-Adressen an. Dass da irgendwie Portnummern noch eine Rolle spielen, interessiert die nicht. Solange das Paket an der Ziel-IP-Adresse ankommt, ist alles gut. Das Betriebssystem auf der Empfangsstation hingegen schaut in die Daten hinein, stellt fest, ah, es geht hier um Kommunikation mit der Zielportnummer 80 beispielsweise, dann wäre es eine HTTP-Anfrage oder 443-HTTPS und leitet dann die Anfrage entsprechend an das richtige Programm bei. Somit hat man also hier eine Spezifizierung, die der Klient vornehmen kann, der Browser, der Sender, indem er sagt, ich möchte mit diesem Server reden, auf Portnummer 443 und damit weiß die Gegenstelle, ah, du möchtest hier mit meinem HTTPS-Server kommunizieren. Dadurch, dass Portnummern für die Identifikation von Anwendungen auf der Server-Seite genutzt werden, hat man relativ schnell eine standardisierte Liste von Portnummern festgelegt. Das heißt, es gibt in Wikipedia oder auch in anderen Quellen im Internet lange Listen davon, welche Portnummer für welches Protokoll steht. Das heißt, hier wird nicht die Server-Anwendung, also das Produkt, identifiziert, Apache Web Server, Nginx Web Server, sondern man sagt über die Portnummer, das ist eine HTTP-Anwendung, die kann HTTP-Anfragen entgegennehmen oder das ist eine HTTPS-Anwendung oder das ist eine FTP-Anwendung. Das heißt, der Server implementiert ein bestimmtes Layer 7-Protokoll, sowas wie HTTP, und drückt dies darüber aus, dass er auf Port 80, Port 443, was auch immer, auf Anfragen lauscht. Diese standardisierten oder well-known Portnumbers sind sehr eingebürgert, sind aber keine Pflicht. Das heißt, niemand zwingt sie, eine Server-Anwendung auf der Standard-Portnummer zu betreiben. Sie können also Ihren SSH-Server, der normalerweise auf Port 22 auf eingehende Daten lauscht, auch gerne auf Port 23 laufen lassen. Das macht nichts kaputt. Sie müssen dann nur auf der Gegenseite, auf der Klientenseite, da, wo die Daten abgesendet werden, da müssen Sie das auch berücksichtigen. Und somit kann man also leicht sich beispielsweise im Internet vor Port-Scannern und vor typischen Angriffen schützen, indem man seine wichtigen, kritischen Server einfach auf andere Portnummern verschiebt. Und deswegen sehen Sie manchmal auch in URLs sowas wie www.fu.de Doppelpunkt 8001. Und dieses Doppelpunkt 8001 bedeutet dann, das ist ein Webserver immer noch. Der läuft jetzt aber nicht auf Port 80, sondern der läuft jetzt auf Port 8001 und der Browser möge bitte anhand dieser URL erkennen, dass er mit dieser Portnummer auf dem Server zu reden hat und nicht mit der Standard-Portnummer. Klienten haben auch Portnummern. Wir haben ja im IP den Effekt, dass es letztendlich keinen Client und keinen Server so richtig gibt, sondern irgendjemand sendet ein IP-Paket los und jemand empfängt das IP-Paket, der Server antwortet, indem er einfach ein IP-Paket entgegengesetzt zum Klienten schickt. Und damit man hier also entsprechend nicht nur IP-Adressen auf beiden Seiten hat, sondern auch Portnummern gibt es auch dieses Konzept auf der Sendeseite. Wir haben also nicht nur eine Absender-IP, sondern auch eine Absender-Portnummer. Und die Absender-Portnummern sind nicht standardisiert, sondern da gibt es einen sogenannten Ephemeral-Bereich ab 49.152 aufwärts und der Client beziehungsweise das Betriebssystem vom Client wählt einfach eine freie Nummer aus diesem Bereich. Der Grund dafür, können Sie sich wieder mit einem Browser erklären, ist, dass vielleicht mehrere Anwendungen auf dem gleichen Client-PC mit dem gleichen Server reden. Oder anders gesagt, wenn Sie mehrere Tabs offen haben in Ihrem Browser, die alle die gleiche Webseite anzeigen, Amazon irgendwie verschiedene Artikel oder sowas, dann haben Sie drei Instanzen der Client-Anwendung, die drei Tabs und die sprechen alle mit demselben Server. Und somit würde man also, wenn die jetzt gleichzeitig auch noch kommunizieren, auf dem Klienten unterschiedliche Client-Portnummern haben, während der Server immer die gleiche Portnummer anbietet. Gut, hier das Ganze nochmal grafisch dargestellt. Ich habe schon ganz oft Port gesagt. Übrigens, wenn Sie dieses Bild sehen, das erinnert Sie vielleicht so ein bisschen an eine Hafenanlage. Daher kommt auch diese Wortwahl, ja, Port im englischen Hafen. Man drückt also über diese Portnummer aus, an welcher Anlegestelle man das Schiff jetzt irgendwie docken soll. Der Server ist der große Hafen mit der IP-Adresse und Sie haben die verschiedenen Ports, die verschiedenen Anlegestellen, sehen, wo die Daten hinkommen. Wir sehen also hier auf der linken Seite vier Client-PCs mit eigenen IP-Adressen und wir haben auf der rechten Seite einen großen Server-Computer mit einer einzigen IP-Adresse und auf dem großen einen Server-Computer laufen drei Anwendungen, nämlich ein Web-Server, der das HTTP-Protokoll implementiert, ein SSH-Server, der das SSH-Protokoll implementiert und DoveCard, das ist eine Open-Source-Software, die verschiedene E-Mail-Protokolle implementiert, zum Beispiel POP3 und IMAP. Und somit haben wir also auf einer IP-Adresse für den Server hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anwendungen laufen, die jeweils unterschiedliche Protokolle fahren. Und jede dieser Anwendungen auf dem einen Server-Computer möchte jetzt adressierbar sein. Und der Client muss demzufolge, wenn er einen Verbindungsaufbau macht, nicht nur die IP-Adresse verwenden, sondern auch die Port-Nummer und kann damit inhärent ausdrücken, Hallo Server, ich möchte gerne mit dir SSH-Kommunikation betreiben und auf Port 22 lauscht dann auch der passende Server-Dienst, die passende Software, die genau dieses Protokoll implementieren kann. Jetzt ist die Frage, wie wird das umgesetzt, wie kann man das implementieren und das machen wir wieder über eigene Protokolle. Das heißt, wir nehmen uns unser Schichten-Modell, haben jetzt ein Ethernet-Frame. In dem Ethernet-Frame wird zum Router ein IP-Paket übertragen. Sie erinnern sich, IP-Paket hat den IP-Header mit Absender-IP-Adresse und Ziel-IP-Adresse, ein bisschen extra Bits und einem Datenteil. Und in dem Datenteil vom IP-Paket transportieren wir jetzt ein Transport-Protokoll-Paket. Entweder ein UDP-Paket oder ein TCP-Paket. Fangen wir mal an mit UDP, das ist der einfachere Fall, das User-Datagram-Protokoll. Bei UDP hat man sich gedacht, wir nehmen uns quasi den minimalen Overhead und fügen eigentlich nur ein Portnummern-Konzept hinzu. Das war's. Wir machen noch ein bisschen Prüfsumme, damit nichts kaputt geht an den Header-Informationen, aber ansonsten war's das. Und somit haben Sie also hier, sehen Sie ganz einfach, 16-Bit für die Quell-Portnummer, 16-Bit für die Ziel-Portnummer, eine Datenlänge, eine Prüfsumme und dann die bekannten 64k für den Datenteil. und somit kann jetzt eine Anwendung ein IP-Paket verschicken, aber zusätzlich mit einer Portnummer und somit ist also das, was Anwendungen wie Zoom für Videokonferenzen oder teilweise auch YouTube, also sämtliche Streaming-Software benutzen, da ist das Protokoll UDP. Das heißt, ein Zoom-Klient wird viele UDP-Pakete für eine bestimmte Ziel-Portnummer und Ziel-IP-Adresse bei den Zoom-Servern verschicken, weil das ist der minimale Overhead, da kann man also in maximaler Geschwindigkeit viele kleine IP-Pakete, UDP-Pakete hinausfeuern und damit die vorhandene Bandbreite und die vorhandene Latenz bestmöglichst nutzen. Wichtig dabei aber, es handelt sich immer noch um einzelne Pakete. Das heißt, jedes UDP-Paket, das in einem IP-Paket transportiert wird, steht für sich alleine. Die Server-Anwendung und die Klienten-Anwendung auf dem Layer 7 müssen sich dann darum kümmern, dass diese einzelnen UDP-Pakete irgendwie zueinander passen und irgendwie zusammengesetzt werden, irgendwie eine Reihenfolge haben. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Video-Streaming-Dienst haben, kann es ja durchaus sein, dass das eine Bild von dem Video links rum geroutet wird und das andere Bild von dem Video rechts rum geroutet wird und jetzt muss die Anwendung ganz oben auf dem Layer 7 sich darum kümmern, dass das Ganze in der richtigen Reihenfolge auch abgespielt wird und wiedergegeben wird. Das macht man gerne trotzdem mit UDP, weil hier die Video-Codierungsverfahren entsprechend optimieren können, vielleicht auch Auflösung runterdrehen können, Pufferung betreiben können und so weiter und so fort. Und somit hat man hier also ein weiterhin verbindungsloses Konzept. Deswegen kann man auch sowas wie Rundruf machen, das heißt, man kann immer noch eine Broadcast-IP-Adresse einsetzen, die dann vielleicht zu einem EFINET-Rundruf führt und diese Broadcast-IP-Adresse im UDP führt dann dazu, dass alle Maschinen im eigenen LAN ein entsprechendes UDP-Paket bekommen. Das Ganze zusammengesetzt mit IP, nochmal als zur Verdeutlichung, ist also dann so, Sie haben den Datenteil, der in einem EFINET-Frame zum Router übergeben wird und von da aus zum nächsten Router zum nächsten Router und dieser Datenteil beginnt mit dem IP-Header, den wir schon kennengelernt haben. Da steht TTL-Feld drin, die Prüfusumme für den IP-Header, die Identifikation, welches Layer-4-Protokoll hier gerade übertragen wird und die beiden IP-Adressen. Und jetzt kommt in dem Datenteil des IP-Pakets der Header vom UDP-Protokoll und danach erst die eigentlichen Daten. Und somit müssen Sie also in den UDP-Header die IP-Adresse nicht mehr mit reinschreiben, weil das UDP-Paket wird im IP transportiert. Damit ist es nicht mehr notwendig, das jetzt redundant nochmal mit anzugeben. Alle Infos stehen schon da. Weiteres Beispiel für ein UDP-basiertes Anwendungsprotokoll ist DNS. Das ist also das Protokoll, schauen wir uns später noch an, welches Ihnen Namen in IP-Adressen übersetzt und das macht man aus Effizienzgründen über UDP und somit wird also jetzt Ihr Computer, wenn er irgendwie www.heise.de in eine IP-Adresse übersetzen will, eine DNS-Anfrage mit dem DNS-Protokoll formulieren. Und diese DNS-Anfrage wird in den Datenteil eines UDP-Pakets gesteckt. In dem Header von dem UDP-Paket stehen jetzt die Absender-Portnummer, Ephemeral-Ports und die standardisierte Ziel-Portnummer für DNS drin, das wäre Port 53. Dann wird das ganze UDP-Paket genommen und in den Datenteil vom IP-Paket gestopft. Der IP-Header bekommt jetzt die Zieladresse des DNS-Servers und die Absender-Adresse des Klienten, der anfragt. Und das ganze Ding wird wiederum in einen Ethernet-Frame gestopft, welches an den Router geht und dieser wird es dann brav weiterleiten. Sie sehen auch hier wieder das Konzept, dass für die Router es letztendlich nicht relevant ist, was in dem IP-Paket transportiert wird. Es ist in diesem Fall jetzt UDP, welches wiederum DNS transportiert, könnte aber auch was ganz anderes sein. UDP an sich ist der erste Weg, wie man heutzutage Anwendungen programmiert. Das heißt, wenn Sie vor allem in der Medieninformatik mit irgendwelchen selbstgeschriebenen Programmen arbeiten, dann ist das Minimum, auf dem Sie anfangen, die existierenden Layer-4-Protokolle. Das heißt, niemand würde heutzutage sogenanntes RAW-IP programmieren. Es wird also fast nie vorkommen, dass Sie ausschließlich IP-Pakete als Anwendung verschicken, sondern Sie werden immer auf UDP oder TCP aufsetzen, weil Sie das Portnummern-Konzept haben wollen. Sonst können Sie auf der Server-Seite schlecht sagen, wer ist jetzt der Empfänger. Es gibt vielleicht Ausnahmebeispiele für irgendwelche speziellen Fälle von eingebetteten Systemen, aber in 99% der Fälle setzt Software heutzutage auf TCP oder UDP auf. Deswegen findet man auch ganz, ganz häufig die Kurzform oder die Kurznotationsform UDP-IP und TCP-IP, weil man damit ausdrücken will, dass Layer-4 und Layer-3 im Internetmodell sehr, sehr eng miteinander verwoben sind. Das Portnummern-Konzept macht nur Sinn, wenn Sie unten drunter im Layer-3 tatsächlich eine Maschine direkt adressieren können. UDP ist für den einfachen Fall, da kriegen Sie normale IP-Pakete angereichert mit Portnummern und jetzt hat man festgestellt, vielleicht sollte man noch ein zweites Layer-4-Protokoll erfinden, nämlich das sogenannte Transmission-Control-Protokoll. Der Gedanke hier war, dass man irgendwann festgestellt hat, dass die Anwendungsentwicklerinnen immer die gleichen Probleme lösen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen jetzt irgendwie einen Dateitransfer implementieren, Sie wollen also eine Datei, die auf der Festplatte von dem Klienten-PC liegt, zum Server transportieren, dann haben Sie ja die Schwierigkeit, erst mal diese Datei, die vielleicht größer als 64 KB ist, irgendwie in kleine Happen zu zerlegen, also so zu zerteilen, damit Sie also nicht die maximale Größe eines UDP-Pakets sprengen. Dann nehmen Sie sich diese kleinen Brocken, dann packen Sie die in ein UDP-Paket rein, dann schicken Sie das Ding auf die Reise, nehmen den nächsten Brocken, schicken den wieder auf die Reise, nehmen den nächsten Brocken, schicken den wieder auf die Reise und jetzt kommen die in unterschiedlicher Reihenfolge an beim Server, weil das Routing irgendwie mal so und mal so funktioniert hat und somit müssen Sie auf der Serverseite in Ihrer serverseitigen Anwendung jetzt diese ganzen UDP-Pakete nehmen und wieder sortieren und zusammensetzen. Und jetzt kann es Ihnen auch passieren, dass zwischendurch ein Paket verloren gegangen ist. Jetzt müssen Sie also auch noch irgendwie sich überlegen, wie kann ich denn jetzt das verlorengegangene Paket mir beim Klienten nochmal anfragen, damit ich am Ende die komplette vollständige Datei auf die Festplatte schreiben kann. Und jetzt nehmen Sie sich diese ganzen Probleme und überlegen, wie Sie eigentlich einen Video-Streaming-Dienst implementieren könnten. Und da haben Sie genau das gleiche Problem. Der Server muss irgendwie so einen Videodatenstrom zum Klienten übertragen und UDP passen nur 64 Kilobyte maximal in ein Paket rein, also müssen Sie das zerhacken, dann gehen Sachen verloren, dann haben Sie ein Reihenfolgeproblem oder Sie schreiben jetzt so etwas wie HTTP. Ja, HTTP ist letztendlich auch nur Hochladen und Runterladen von Daten, von Dateien, von Datenströmen und auch da haben Sie das Problem mit der Segmentierung, das Problem mit der Reihenfolge, das Problem mit den Paketverlusten und somit stellt sich heraus, dass viele verschiedene Layer-7-Protokolle und Anwendungen immer die gleichen Probleme lösen müssen, wenn Sie mit UDP arbeiten. Und in der Informatik ist es so, wenn man irgendwie ein Problem hat, was alle haben, immer wiederkehrend, dann schreibt man dafür eine Bibliothek oder in unserem Fall in verteilten Systemen, wir schreiben dafür ein eigenes Protokoll. Und TCP ist die vom Betriebssystem quasi schon vorgefertigte Lösung, standardisierte Lösung, wie man unter Berücksichtigung von Portnummern ein sogenanntes Verbindungskonzept bekommt. Das heißt, der Anwendung wird hier ein Mechanismus angeboten, wo gesagt wird, guck mal, du kannst jetzt eine Verbindung aufbauen zu einem Server und das fühlt sich so an, als hättet ihr beide eine direkte Leitung. Und das ist der Grund, warum für Sie gefühlt im Webbrowser und in allen anderen Anwendungen Sie immer virtuell den Eindruck haben, ich habe eine Verbindung mit dem Server oder ich habe die Verbindung mit dem Server verloren. Sie sehen das beispielsweise an dem Ladebalken im Browser. Der stellt also die Verbindung her, dann lädt er irgendwie das große Bild runter und dann ist die Verbindung beendet. Oder Sie starten irgendeinen Download, dann wird die Verbindung zu dem Server aufgebaut, dann wird der Download durchgeführt und dann ist die Verbindung beendet. Und tatsächlich gibt es gar keine Verbindung im Internet, weil wir haben nur IP-Pakete und Routing, aber TCP gibt uns die Illusion eines Verbindungskonzepts. Das heißt, für die darüberliegenden Schichten, für die Anwendung, sieht es so aus, als gäbe es hier echte Verbindungen zwischen Klienten und Server, obwohl es eigentlich nur Pakete sind. Und demzufolge ist es interessant zu sehen, wie TCP das eigentlich macht. Der Gedanke war relativ am Anfang schon in den Zeiten der Entwicklung des Internets, also hier 81, das RFC gibt es heute noch und Grundkonzepte bei TCP sind bidirektionale Verbindung, das heißt, beide Seiten können senden und empfangen, nicht nur der Client sendet zum Server, sondern auch der Server sendet zum Client. In TCP redet man gerne von Client und Server mit Hinblick auf die Frage, wer initiiert eigentlich die Verbindung, also wer macht den Verbindungsaufbau und die Station, die das tut, wäre in diesem Fall dann der Client. Der Programmierer kriegt diese Pipeline-Illusion, also die Idee eines kontinuierlichen Datenstroms. In den Anfangszeiten dachte man sich, dass das Ganze sich letztendlich anfühlen soll wie so eine Datei, Unix-Semantik, das heißt, man kann irgendwie in die Ferne lesen, also sozusagen lesen aus der Ferne, schreiben in die Ferne, Verbindung öffnen, Verbindung schließen, so als würde man also auf dem Server quasi auf eine Datei zugreifen. Die Analogie funktioniert nicht ganz, aber so am Anfang ist die vielleicht ganz gut als Denkhilfe. Es gibt eine eigene Betriebssystem-Schnittstelle dazu, die erkläre ich in einem anderen Video, die sogenannte Socket-API, die genau diese Dateisystem-Operationen jetzt für Netzwerkverbindungen unterstützt und somit sind sie dort also in der Lage, neue Verbindungen aufzubauen, in die laufende Verbindung etwas hineinzuschreiben und somit ein Senden auszulösen oder aus der laufenden Verbindung etwas herunterzuladen und dann dort entsprechend eine Leser-Operation zu machen. Was gibt es noch so außer dieser Verbindungsillusion oder Semantik in TCP? Es gibt den automatischen Umgang mit Paketverlusten und Verdoppelung. Das heißt, TCP kann für Sie sich darum kümmern, falls Pakete, einzelne IP-Pakete verloren gehen, dass die automatisch neu gesendet werden. Das muss also nicht mehr die Anwendung machen. Somit kann also die Anwendung sich darauf verlassen, dass alles, was ans Betriebssystem, an das TCP-Protokoll übergeben wird, so auch beim Server ankommt oder es entsteht eine Fehlermeldung. Was aber nicht passiert ist, so heimlicher Paketverlust, den keiner mitbekommt. Das erste wichtige Konzept beim TCP-Protokoll sind die sogenannten Segmente. Stellen Sie sich vor, Ihre Anwendung möchte jetzt eine Datei zum Server hochladen. Diese Datei ist mehrere Megabyte groß, das heißt, 64 Kilobyte als Grenze werden überschritten und der Anwendung ist das egal. Sie nimmt jetzt einfach die Daten und pumpt die in das Betriebssystem rein, per Systemruf und sagt, write, 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 write. Hier sind die ganzen Daten. Bitte stell sicher, dass eine Übertragung erfolgt. Jetzt wird die TCP-Implementierung auf der Klientenseite diesen Datenstrom, wie so ein Fluss, den Strom von Daten, in Chunks unterteilen, das heißt, in einzelne Blöcke und den immer zerhacken. Jeder Chunk ist ein einzelnes TCP-Segment, das heißt, vor jedem Block, vor jedem Brocken wird ein TCP-Header gesteckt, dann wird das ganze TCP-Paket, TCP-Header plus Datenchunk, in ein IP-Paket gesteckt, Zieladresse des Servers, das Ganze wiederum dann an den Router übergeben und der leitet das dann weiter und man macht typischerweise keine 64-Kilobyte-Chunks, das wäre ja möglich, sondern man macht Chunks von 1500 Bytes. Das heißt, das TCP zerhackt den Datenstrom, den es von der Anwendung bekommt, in viel kleinere Teile und der Hintergrund ist relativ klar, wenn man darüber nachdenkt, dass die Welt größtenteils aus Ethernet besteht und in so einen Ethernet-Frame passen maximal 1500 parts zerquetschte Bytes. Das heißt, TCP sorgt bereits dafür, dass ein komplettes TCP-Fragment, ein Segment, in einen Ethernet-Rahmen passt, sodass also an dieser Stelle so ein bisschen diese Transparenz und diese Trennung der verschiedenen Protokollschichten aufgehoben wird, weil jetzt oben auf dem Layer 4, auf der TCP-Ebene, Wissen darüber benutzt wird, was vermutlich ganz unten die Datengröße ist, die am besten geeignet ist, um eine performante Übertragung zu machen. Das heißt, TCP, zerhackt ihren Datenstrom in 1500 Bytes-Blöcke, macht einen Header davor, dann kommt ein IP-Header davor und so weiter und schließlich geht es an den Router. Zweiter Punkt, im TCP-Header selbst wird für jedes Segment, was der Protokollsteck erzeugt, eine sogenannte Sequenznummer generiert. Das heißt, TCP nummeriert ihre Daten durch. Warum? Das ist relativ klar. Wenn man im Header vom TCP für jeden Brocken eine fortlaufende Nummer hat, dann kann man auf der Empfangsseite besser sortieren. Man kann zusätzlich auch noch überprüfen, ob vielleicht irgendeine Sequenznummer fehlt und somit können Sie also ganz leicht auf der Serverseite identifizieren, aha, hier gab es irgendwie Paketverlust, beim Routing durchs Internet ist irgendwo was verloren gegangen, jetzt kümmern wir uns mal darum, dass dieses Paket auch noch ausgeliefert wird. Wichtig dabei wieder, Ende-zu-Ende-Prinzip, den Routern auf der Strecke ist das egal, geroutet wird nur IP. Jetzt befindet sich in dem IP-Paket ein TCP-Paket. In dem TCP-Header ist eine Segmentnummer, aber mit der kann nur der Empfänger was anfangen. Neben der Sequenznummer haben wir auch noch eine Prüfsumme, wie üblich, und die entsprechenden Portnummern, das kennen Sie schon aus dem UDP-Beispiel. Dann haben wir also hier den Header von TCP, es kommt also wieder Quellportnummer und Zielportnummer, dann kommt die Sequenznummer, die haben wir jetzt besprochen, und eine sogenannte Bestätigungsnummer, die ist nur wirksam, wenn das sogenannte ACK-Bit gesetzt ist, das sehen Sie auch in dem Header, das schauen wir uns gleich an. Dann gibt es noch verschiedene andere Felder, unter anderem für das Management der Verbindung, sowas wie SYNN und FIN, Prüfsumme, die Größe des Empfangsfensters, damit kann TCP automatisch regeln, wie viele Daten pro Chunk übertragen werden, falls das irgendwie auf der Strecke ein relevantes Problem ist, ein paar Optional-Felder und dann kommen die Daten. Die Sequenznummer dient, wie gesagt, zur Sortierung der Segmente beim Empfänger. Die Bestätigungsnummer, die wir ebenfalls im Header haben, gibt an, welche Daten der Empfänger bereits erhalten hat. Das Ganze geht also so, dass für jedes TCP-Paket, was beim Server, beim Empfänger, ankommt, der Server ein TCP-Paket zurückschickt. Und zwar mit der Nummer, sozusagen, mit der Segmentnummer, die er bis hier erhalten hat und einem gesetzten Acknowledge-Bit. Das heißt, es gibt für jedes empfangene Paket, für jeden empfangenden Datenbrocken ein Paket zurück als Bestätigung an den Klienten, das sagt, habe ich gekriegt. Somit wird schon mal klar, wie der Server dem Klienten mitteilen kann, dass hier irgendwas verloren gegangen ist, in dem dafür eben kein Acknowledge aussteht. Das verhandeln also Client und Server direkt miteinander. Somit muss auf der Sendeseite sich das Betriebssystem für jedes rausgehende TCP-Paket merken, wann habe ich das losgeschickt und habe ich dafür schon ein Acknowledge bekommen. Wenn das Acknowledge nicht schnell genug kommt und die Frage ist, was schnell genug bedeutet, dann kann der Klient feststellen, aha, irgendwas stimmt hier mit der Verbindung nicht, ich versuche das mal nochmal zu schicken und dann vielleicht nochmal und dann nochmal. Und irgendwann wird der TCP-Stack auf der Klientenseite aufgeben und in der Anwendung eine Fehlermeldung zeigen und sagen, Connection lost, Connection broken und was auch immer. Und diese Grundidee, dass jeder Paketversand vom Klienten durch ein Paket von der Gegenstelle bestätigt wird, die erklärt Ihnen jetzt vielleicht, wie Ladebalken bei langsamer WLAN-Verbindung oder sonstiges schlechtes Internet entstehen kann. Stellen Sie sich also vor, Sie gehen mit Ihrem Telefon irgendwie zur Amruner Straße, gehen in die U-Bahn und während also Ihr Browser irgendeine Seite lädt, laufen Sie langsam die Treppe der U-Bahn runter. Das Netzwerk für Ihr Gerät wird schlechter und schlechter und schlechter und die Acknowledge-Meldungen kommen immer weniger durch. Und somit verlangsamt sich der Seitenaufbau in Ihrem Browser, weil das Betriebssystem unten drunter in Ihrem Telefon immer mehr auf Bestätigungen wartet und einfach nicht weitermachen kann und die Daten nicht an die Anwendung übergeben kann, weil es ja noch kein Acknowledge passiert. Und somit haben wir also diesen Timeout im TCP, warten auf die Bestätigung, als ganz wesentlichen Faktor für die Fragestellung, was passiert dann oben in der Anwendung. Und das ist ein Wert, den wird das Betriebssystem dynamisch anpassen, der ist also nicht fest eingestellt, sondern je nach Art der Netzwerkkarte, Qualität der Verbindung, Menge der Daten wird hier eine Justierung vorgenommen. Sie sehen auch auf der Folie, wenn wir diesen Timeout für das Warten auf Bestätigungen zu klein wählen, dann haben wir den Effekt, dass der Sender denkt, oh, ich habe gar kein Acknowledge bekommen, ich sende das mal nochmal und plötzlich kommt die Bestätigung rein, weil er hat einfach nicht lange genug gewartet. Das führt dann zu duplizierten Paketen, weil jetzt auf der Serverseite das gleiche Paket nochmal ankommt, obwohl er es doch schon bestätigt hat. Das heißt, zu kleiner Timeout für das Warten auf eine Bestätigung im TCP führt zu duplizierten Paketen auf der Serverseite. Kann der Server ein dupliziertes Paket erkennen? Ja, kann er, weil dieses Resend vom Klienten ja wieder die gleiche Sequenznummer enthält. Und somit kann der Server sich anschauen, aha, Sequenznummer 43 habe ich ja schon bekommen, habe ich auch schon bestätigt, muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr drum machen. Das heißt, das Ganze ist hauptsächlich dann eine Belastung für den Server. Wenn Sie den Timeout auf der Klientenseite oder auf der Sendeseite zu hoch wählen, das heißt, der wartet viel zu lange auf das Acknowledge, dann dauert das sehr, sehr lange, bis der Klient bei echten Paketverlusten sich genötigt sieht, jetzt nochmal einen Datenversand zu machen. Und somit wird das Ganze aus Sichtweise der Anwendung sehr, sehr langsam. Noch ein paar Details zur Sequenznummer. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass für jede TCP-Verbindung man einfach bei Sequenznummer 0 anfängt, weil warum nicht? Tatsächlich tut man das aber nicht, sondern die erste Sequenznummer, die die sendende Station verwendet, wird gewürfelt. Das hat Gründe in der Sicherheit. Man könnte, wenn man das nicht macht, eventuell TCP-Verbindungen von Klienten kapern als Angreifer und somit deren Session übernehmen, um vielleicht irgendwie wieder Daten abzuziehen. Und deswegen ist, wenn man eine Analyse im Wireshark macht, die Sequenznummer eigentlich zufällig. Allerdings weiß das Wireshark, dass das für Menschen immer schlecht lesbar ist und deswegen heißt es dann im Wireshark immer Relative Sequence Number. Das heißt, es wird eine relative Sequenznummer angegeben, die bei 0 anfängt, damit sie das besser lesen können. Aber auf der technischen Ebene sind Sequenznummern, initiale Sequenznummern zufällig. Nach dem Aufbau der Verbindung, wir hatten ja gesagt, es gibt so ein Verbindungskonzept, wo sich Client und Server darüber einig sind, dass sie jetzt miteinander Daten austauschen, hat die relative Sequenznummer, weil absolute ist ja gewürfelt, auf beiden Seiten den Wert 1 und ab da können beide senden und empfangen. Schauen wir uns mal diese Geschichte mit der Bestätigungsnummer nochmal an. Wir gehen also davon aus, Client und Server haben eine Verbindung aufgebaut. Wie die das genau gemacht haben, klären wir gleich. Aber die Verbindung ist da und der Client schickt jetzt sein erstes TCP-Segment los. Das hat 1460 Bytes, damit es in den Ethernet-Frame letztendlich passt und die Sequenznummer ist 1, weil damit fangen wir an. Schickt es auf die Reise, das Ganze ist in einem IP-Paket verpackt, wird also geroutet durchs Internet zu der Server-IP-Adresse. Der Server guckt in die Portnummer rein vom TCP-Header, stellt fest, das ist für meinen Web-Server, übergibt die Daten an den Web-Server und jetzt hat das Betriebssystem vom Server die Aufgabe, den Empfang dieser Daten zu bestätigen. Und das macht es, indem das Betriebssystem von Server ein TCP-Paket formuliert an die Absender-IP-Adresse mit der Bestätigungsnummer 1461. Das heißt, ganz konkret wird in dem Bestätigungsnummernfeld dem Klienten, dem Sender mitgeteilt, das ist der nächste Datenblock, den ich von dir erwarte. Damit der ursprüngliche Sender weiß, dass es sich um eine Bestätigung handelt, wird das Act-Bit gesetzt. Das heißt, der TCP-Header-Eintrag für die Bestätigungsnummer enthält nur dann einen gültigen Wert, wenn das Act-Bit gesetzt ist. Ansonsten sind es zufällige Bits, die keine Bedeutung haben. Sie sehen hier, dass natürlich der Server, wenn er das Act-Paket sendet, auch wieder eine Sequenznummer angeben muss, weil es ja im Header vorgesehen ist. Allerdings verschickt der Server keine Daten in diesem Kontext hier, sondern in diesem Kontext verschickt er wirklich nur die Empfangsbestätigung und somit enthält der Datenanteil von dem TCP-Paket einfach nichts. Die Länge der Daten ist auch 0 laut TCP-Header und die Sequenznummer bleibt bei 1. So, Bestätigung mit leeren Daten geht also wieder an den Client. Der Client sagt, super, kann ich ja irgendwie den nächsten Chunk auf die Reise schicken und schickt jetzt den nächsten Chunk auf die Reise mit Sequenznummer 1461 und 39 Bytes und jetzt sehen Sie, dass der Server die Möglichkeit hat, mehrere empfangene Datenfragmente am Stück zu bestätigen. Das ist eine Optimierung, damit man irgendwie die Anzahl der Pakete, die hier durchs Netz fliegt, ein bisschen herunterschraubt und sagt, okay, der Server kann erst mal sammeln und dann bestätigen. Natürlich geht es hier aber wieder um die Frage, wie lange darf er denn sammeln, bevor beim Client ein Timeout passiert und diese Justierung, dieses sozusagen, dieses Trimmen der verschiedenen Timeout und Acknowledgement Werte, das ist in den Untiefen des TCP-Protokolls implementiert, das schauen wir uns hier nicht weiter an, das können Sie in dem RFC aber entsprechend nachlesen. So, und jetzt sehen Sie auf der rechten Seite in dem zweiten Kasten, dass also der Server sich entschieden hat, jetzt mal wieder eine Empfangsbestätigung zu verschicken und jetzt sagt, okay, alles bis 2018 habe ich bekommen, danke dafür und jetzt kommt noch eine Besonderheit hinzu und zwar hat sich jetzt die Serveranwendung entschieden, auch mal Daten an den Klienten zu verschicken. Vielleicht war das Ganze bis zu diesem Punkt eine HTTP-Anfrage und der HTTP-Server hat sich überlegt, okay, habe ich jetzt verstanden, du kriegst jetzt von mir die Antwort und somit wird also auf der Serverseite die Anwendung, dem Betriebssystem über einen Write-System-Aufruf sagen, verschicke mal Daten an das andere Ende dieser Verbindung und der TCP-Stack im Betriebssystem vom Server kann jetzt beides kombinieren. Er kann jetzt den Versand der Daten an den Klienten mit der Bestätigung der bisher empfangenen Daten kombinieren, indem er einfach den Datenteil befüllt. Sequenznummer ist immer noch eins, weil bis dahin hatte der Server ja keine echten Daten verschickt und in die Bestätigungsnummer schreiben wir noch rein, dass wir alles bis 2018 von der Gegenstelle bekommen haben. Jetzt ist es die Aufgabe des Clients, den Empfang dieser Daten vom Server auch zu bestätigen, weil TCP ist bidirektional und somit wird also der Klient im letzten Schritt in diesem Beispiel sagen, alles klar, meine Sequenznummer ist immer noch 2018, weiter sind wir bisher nicht gekommen, aber ich bestätige dir jetzt mal mit einem leeren Datenpaket, dass ich von deinen Daten alles bis 4026 bekommen habe. Bitte sende mir mehr. Und so haben wir also, obwohl wir von Client und Server reden, das hatte ich ja gesagt, diese Nomenklatur entsteht eigentlich nur hinsichtlich der Fragestellung, wer baut die Verbindung auf, haben wir trotzdem eine bidirektionale Verbindung. Beide dürfen senden und empfangen und zwar auch überlappend und TCP regelt unten drunter entsprechend beiderseitig die Bestätigung des Paketempfangs, das Sortieren der Pakete anhand der Sequenznummern und somit eine stabile Übertragung, so wie ich es reingesteckt habe, kommt auf der anderen Seite auch wieder raus. Das Sortierungsproblem sollte jetzt auch klar sein, ist mit dem ganzen Ansatz gelöst, weil die Anwendung auf der Senderseite schreibt jetzt in irgendeinem Puffer, dort werden die Datenblöcke generiert, also zerlegt, der TCP-Stack nimmt die sich jetzt, schickt die auf die Reise und die kommen eventuell unten auf der Empfängerseite in veränderter Reihenfolge an und dadurch, dass die TCP-Software auf der Empfängerseite sowieso erst mal sammeln muss, um zum Beispiel Bestätigungspakete zu verschicken, kann es dann auch gleich eine Sortierung vornehmen. Und wichtig hierbei ist also, dass man, wenn man über TCP-Daten empfängt, auf einem Server oder auf einem Client spielt keine Rolle, dass dann das Betriebssystem eine Pufferung vornimmt, weil es muss ja die ganzen TCP-Segmente erst mal bekommen, zurechtsortieren, acknowledge das verschicken und dann werden irgendwann diese Daten am Block an die Anwendung zurückgegeben. Ich erkläre das deshalb hier, weil viele Studierende in den Programmieraufgaben typischerweise einen Denkfehler haben, nämlich sie rufen Read an der Socket-Schnittstelle, was also äquivalent ist zu Datenempfang und erwarten, dass quasi sofort was kommt und zwar am besten alle Daten, die sie erwarten. Und sie können aber gar nicht erwarten, dass da jetzt sämtliche Protokolldaten, von denen sie irgendwie ausgehen, dass sie die kriegen müssten mit einem Schlag kommen oder dass die irgendwie sofort kommen oder ganz schnell oder ohne Unterbrechung. Sie haben über das Zeitverhalten und die Menge der Daten, die sie am Stück kriegen beim Empfang, keinerlei Kontrolle. Das kontrolliert das Betriebssystem für sie. Und somit muss also eine empfangende Anwendung quasi in einer Schleife immer wieder gucken, okay, sind noch mehr Daten für mich gekommen, sind noch mehr Daten für mich gekommen und diese dann passend wieder zusammensetzen. Nächstes Problem, wie geht es mit dem Verbindungsaufbau? Das heißt, wie können Client und Server sich überhaupt finden und wissen, dass sie jetzt miteinander eine laufende Verbindung haben? Und im TCP gibt es dafür den sogenannten Freeway Handshake. Das geht also so, wir haben einen Client und der Client entscheidet sich, ich möchte jetzt mit folgendem Server eine Verbindung aufbauen. Dann formuliert er ein TCP-Paket mit der relativen Sequenz Nummer 0 und setzt in diesem TCP-Paket das SynBit und das SynBit signalisiert der Gegenstelle, der IP-Adresse, an die es verschickt wird, ich möchte mit dir kommunizieren. Die Gegenstelle empfängt dieses Paket mit dem gesetzten SynBit und weiß, aha, wir haben jetzt einen Verbindungsaufbau, wir haben den Wunsch nach Kommunikation, bestätigt das wieder durch ein weiteres TCP-Paket, zurück an Absender, in dem sowohl das SynBit als auch das ACK-Bit gesetzt sind und somit weiß der Client, okay, mein Verbindungswunsch ist angekommen, das ist super, ich habe die Bestätigung vom Server und jetzt bestätigt der Client dem Server, dass er das Syn-ACK bekommen hat, wiederum mit einem ACK-Paket, sodass also nach diesem Drei-Wege-Handschlag beide Seiten definitiv wissen, okay, wir wollen miteinander kommunizieren, wir wollen miteinander Datenstrom austauschen, wir haben hier Sequenznummern und Bestätigungsnummern und unsere Anwendungen können jetzt miteinander ihre Datenströme sich gegenseitig schicken. Die Pakete mit den SynBits, wenn es um diese Zählerei geht, die zählen Appseudo-Datenbitten und deswegen sind wir dann hinterher bei den Bestätigungsnummern beim relativen Wert 1. Wenn man weiß, dass TCP-Verbindungsaufbau auf diese Art und Weise funktioniert und wenn man auch weiß, dass faktisch alle Layer 7-Anwendungen bis auf Video-Streaming und Audio-Streaming heutzutage mit TCP arbeiten, dann erklärt sich das Konzept einer Firewall. Und zwar kann man eine TCP-Firewall auf der Serverseite dadurch implementieren, dass man eingehende IP-Pakete mit einem gesetzten SynBit wegschmeißt. Und das reicht. Und mehr müssen Sie nicht tun. Wenn Sie auf der Serverseite ein eingehendes IP-Paket mit einem SynBit für eine bestimmte Portnummer, weil Firewalls arbeiten auf Portnummern, wenn Sie das wegschmeißen, dann bekommt der Klient niemals einen Syn-Act. Und wenn der Klient keinen Syn-Act bekommt, dann bedeutet das für den Klienten, ich kann die Verbindung nicht aufbauen, geht nicht, ich kriege keine Antwort. Je nachdem, wie die Firewall konfiguriert ist, versendet sie eine ICMP-Fehlernachricht als Antwort oder antwortet gar nicht. Wenn sie eine ICMP-Fehlernachricht als Antwort versendet, dann wird Ihr Klient das sofort mitbekommen und sagen, geht nicht, kann mich nicht verbinden. Wenn sie überhaupt nicht antwortet, dann bleibt der Klient stehen im Verbindungsaufbau und wartet bis zum Timeout auf das Syn-Act-Paket und wenn dann der Timeout zuschlägt, dann wird erst abgebrochen und gesagt, tut mir leid, lieber Anwender, ich kann keine Verbindung zu diesem Server aufbauen. Aber Firewalls auf der TCP-Ebene basieren auf dem Filtern von Syn-Bits. Wenn Sie UDP-Verbindungen filtern wollen, dann geht es nicht, weil UDP hat gar kein Verbindungskonzept. In UDP wird einfach so rausgefeuert, hatten wir ja gesagt. Und somit würde man eine UDP-Firewall nur anhand der Portnummern implementieren und sagen, wann immer ein Paket für diese Zielportnummer kommt, dann schmeißt das bitte weg. Also Verbindungsaufbau nochmal in Textform. Es geht los damit, dass der Server als erstes sein Betriebssystem mitteilen muss, ich bin bereit, Verbindungen entgegenzunehmen. Das ist das sogenannte Bind. Das heißt, mit einem speziellen Systemaufruf teilt die Serveranwendung mit, ich möchte auf Port 80 unter der IP-Adresse 141.64 irgendwas auf eingehende Daten lauschen. Dann sitzt die Anwendung da und wartet darauf, dass das Betriebssystem sich zurückmeldet und sagt, jawohl, ich habe Daten für dich. Im zweiten Schritt gibt es Freeway Handshake durch den Klienten mit Syn, Syn, Ack und Ack, sodass dann am Ende also der Server und der Klient wissen, wir haben jetzt eine stehende Datenverbindung und können kommunizieren. Wenn es einen Verbindungsaufbau gibt, muss es auch einen Verbindungsabbau geben und das ist tatsächlich relativ schwierig und zwar ist die Frage, woher wissen sie eigentlich, dass die Verbindung jetzt wirklich zu Ende ist und es nicht nur lange dauert. Und sie sehen das hier in diesem Diagramm. Man hat also wieder spezielle Bits im TCP-Paket, der irgendjemand sagt, ich möchte gerne die Verbindung beenden und sendet ein TCP-Paket, gerne noch ein leeres mit einem gesetzten FIN-Bit, dann wird genau dieses TCP-Paket von der Gegenstelle bestätigt mit einem Acknowledge und die Gegenstelle muss dann aber auch sagen, ja ist okay, ich bin einverstanden, wir bauen jetzt die Verbindung ab. Und es kann passieren, dass die Bestätigungen für diese FIN-Pakete verloren gehen und dann haben wir die Problematik, dass derjenige, der das FIN geschickt hat, nicht weiß, ob die Gegenstelle jetzt noch vielleicht Daten erwartet oder vielleicht noch Daten senden wird. Und somit könnte man also in eine Situation kommen, dass sogenannte Zombie-Pakete entstehen, dass also jemand Daten versendet an eine Gegenstelle, weil er denkt, die redet noch mit mir, aber die Gegenstelle hat eigentlich schon lange die Verbindung terminiert und dann weiß das Betriebssystem auf der Gegenstelle nicht, was soll ich denn jetzt mit den Daten machen, das Serverprogramm ist ja weg. Und somit ist das also ein relativ komplizierter Mechanismus und da arbeitet man viel mit Timeouts und manchmal hat man da auch Probleme in Anwendungen, dass die irgendwie sich einmal starten lassen und dann beim zweiten Mal nicht mehr starten lassen, weil da irgendwas von blockierten Portnummern steht und das sind dann typischerweise halbgeschlossene Verbindungen und das löst man dann gerne mit einem Rechner Neustart. Aber viele Probleme, die Sie mit so Netzwerktechnik sehen im Alltag, im IT-Support-Alltag, die sich durch Reboot lösen lassen, hängen damit zusammen, dass vielleicht irgendwelche Seite nicht neu verwendet werden können. Das ist dieses Address-already-in-use-Problem. Da können wir gerne nochmal in der Übung drüber reden. Nochmal zusammengefasst die Flags. Wir haben also das SYN und das ACK, das haben wir jetzt verstanden für den Freeway-Handshake. Wir haben einen FIN-Flag, um einen Abbau zu signalisieren und zu sagen, das ist mein letztes Paket, mehr werde ich dir nicht geben. Und dann gibt es noch sowas wie RST, damit kann man den Server bitten, vielleicht nochmal von vorne anzufangen, wenn man irgendwelche Dinge aktualisieren will in der laufenden TCP-Verbindung. Okay, so jetzt haben wir TCP verstanden. Wir wissen also, was Portnummern sind. Wir wissen irgendwie, dass TCP uns die Illusion einer Verbindung macht. Wir wissen, dass man auch UDP verwenden kann, wenn man den ganzen Overhead nicht braucht, weil also sowas wie die Zoom-Software eventuell der Meinung sind, sie können Sequenznummern, Bestätigungsnummern, Acknowledges und so weiter selber viel besser regeln und müssen das nicht dem TCP-Protokoll überlassen, dann würde man eine UDP-basierte Anwendung bauen. Und mit der Idee von Portnummern und dem Wissen, dass eigentlich alle Layer 7 Protokolle auf Transportprotokollen aufsetzen, also auf Layer 4 Protokollen, kann man jetzt sich endgültig erklären, wie Network Address Translation geht. Nochmal zur Erinnerung, was war das denn jetzt schon wieder? Wir hatten das Ganze besprochen, als es um Layer 3 ging, IP-Protokoll, Verbindung und die Fragestellung, wie geht man eigentlich mit Letzen um, die nur private IP-Adressen haben. Also bei sich zu Hause, ihre Rechner und Smartphones, die haben keine öffentlichen IP vor vier Adressen, sie sind keine Organisation mit einer öffentlichen Adresse und demzufolge verwenden Heimnetzwerke eigentlich immer Adressen aus dem privaten Adressraum, der mehrfach verwendet werden darf, weil er nicht geroutet wird. Und dann hatte ich ihnen erklärt, naja, da gibt es Network Address Translation, da macht der Router eine Übersetzung, das heißt, wann immer ein Klient eine Anfrage an einen öffentlichen Server stellt, geht diese Anfrage mit der Zieladresse des öffentlichen Servers zunächst mal an den Router und der Router ersetzt jetzt die private Absender-IP-Adresse mit seiner eigenen öffentlichen IP-Adresse und schickt das Paket weiter auf die Reise. Der Webserver letztendlich bekommt diese Anfrage, sieht als Absender-IP-Adresse die IP vom Router und schickt dann die Antwort entsprechend wieder an den Router zurück. Und jetzt muss der Router diese Antwort dem Original-Klienten zuordnen. Sie erinnern sich vielleicht. Und das ist problematisch, weil woher soll er den Daten ansehen, wer denn jetzt ursprünglich der Autor war? Und das macht NAT über modifizierte Portnummern. Und zwar geht es so, der Klient wird beim Senden eine freigewählte Portnummer verwenden, hatte ich vorhin erklärt und diese freigewählte Portnummer, die hat eigentlich nur Bedeutung für den Klienten. Beim Routing ist die nicht relevant, Ende-zu-Ende-Prinzip. Somit macht der NAT Router folgendes, er ersetzt jetzt nicht nur die Absender-IP-Adresse, sondern auch die Absender-Portnummer. Durch eine freigewählte eigene Zahl, also hier zum Beispiel 5 mal die 3, schreibt das einfach in die Header rein und leitet das Paket fröhlich weiter. Der Server empfängt das TCP-Segment oder UDP-Paket, sieht irgendwie, Absender ist IP-Adresse vom Router und 5 mal die 3 als Portnummer, genau dahin schicke ich die Antwort zurück. Jetzt kommt die Antwort zurück, die kommt beim Router an, der Router schaut in das Paket hinein, in das Antwortpaket, sieht, Empfänger-IP-Adresse bin ich, alles klar, ich bin ja ein NAT-Router, Empfänger-Portnummer ist 5 mal die 3, schaut in seine interne Tabelle und weiß, ah, das war mal die Anfrage, die eigentlich von dem Client oben kam, also ersetzt er wieder die Portnummer auf dem Klienten mit der richtigen und die Ziel-IP-Adresse auch wieder mit der richtigen und landet das weiter. Und somit kann so ein NAT-Router ganz, ganz viele Klienten hinter einer globalen IP-Adresse verstecken, einfach indem er eine Tabelle pflegt mit übersetzten Portnummern und den ersetzten Client-IP-Adressen mit seiner eigenen globalen Adresse und dieser Ansatz hat sich also sehr bewährt und ist die Lösung, wie man heutzutage mit der Adressknappheit bei IPv4 umgeht. Das heißt, der Grund, warum das Internet noch nicht zusammengebrochen ist, ist schlichtweg, dass die ganze Welt NAT macht. Alle Heimnetzwerke sind hinter NAT-Routern versteckt, Halbasien ist hinter NAT-Routern versteckt und somit hat man ein Internet, was viel, viel größer ist als die Menge der benutzten globalen IPv4-Adressen, schlichtweg, weil ganz, ganz viele IPv4-Adressen für mehrere Geräte stehen, nämlich für einen LAN mit privaten Adressen und NAT dahinter. Diese Idee funktioniert so gut, dass man irgendwann selbst auf der Ebene von Metropolitan Area Networks, also sprich Telekom, Kabel Deutschland und so weiter, sich entschieden hat, mit NAT zu arbeiten. Sie haben also durch die IPv4-Adressknappheit mittlerweile die Problematik, dass selbst die Telekom knapp an Adressen ist. Und deswegen ist es also so, dass die Telekom teilweise, nicht überall, hängt ein bisschen vom Vertrag und vom Standort ab, ihrem DSL-Router auch keine öffentliche IPv4-Adresse mehr gibt, sondern eine Menge von Kunden DSL-Routern alle hinter einem weiteren Router versteckt, hinter einem Carrier-Grade-NAT-Router. Und dieser macht genau das gleiche wieder und bindet dann sich selbst mit einer globalen IP-Adresse ans Internet an. Und somit kann man jetzt als Telekom oder als Vodafone globale IP-Adressen sparen, indem man einfach mehrere Kunden-Router auch noch mit privaten IP-Adressen betreibt. Und das Ganze funktioniert so leidlich. Man hat also dann bei Carrier-Grade-NAT, wie das dann heißt, teilweise Probleme mit der Performance, weil jetzt mehrere Kunden-Router durch einen Carrier-Grade-NAT-Router durchmüssen. Teilweise haben sie Verzögerungen, also für Online-Gaming ist das ein bisschen unangenehm, weil dieser CGN-Router natürlich auch wieder so ein bisschen Latenz frisst. Auf den CGN-Routern findet Protokollierung statt, damit irgendwie Strafverfolgungsbehörden immer noch wissen, wer war es denn, obwohl jetzt eigentlich alle Kunden hinter derselben globalen IP-Adresse sind. Und manchmal passiert es aber trotzdem, dass irgendwelche Server bestimmte globale IP-Adressen von Klienten sperren. Und das war dann vielleicht ihr Nachbar, der da irgendwas angestellt hat auf dem Server. Aber dadurch, dass sie und ihr Nachbar hinter dem CGN-Router auf derselben globalen IP-Adresse arbeiten, betrifft sie diese Sperre jetzt auch. Also da gibt es so ein paar kleine nervige Probleme, die entstehen können und somit ist das eine Krücke, die man eigentlich nicht will. Es ist eigentlich besser, wenn der eigene Router eine global sichtbare IPv4-Adresse hat. Also gucken Sie mal, was Ihr Vertrag so hergibt. Dazu noch so ein paar Begriffe. Ja, manchmal nennt man Carrier-Grade-NAT auch Large-Scale-NAT, also LSN. Und jetzt gibt es da verschiedene Spielarten von. NAT 44 ist wie gesagt das, was ich am Anfang erklärt hatte. Router hat öffentliche Adresse. NAT 444 haben wir einen Carrier-Grade-NAT-Router, aber durchgängig alles mit IPv4. Und dann gibt es das Ganze jetzt auch noch in Kombination mit IPv6. Das heißt, bei NAT 64 sehen Sie ja hier, haben wir IPv6-Klienten, die mit IPv4-Servern kommunizieren über einen Router, der das übersetzen kann. Und wir haben teilweise auch Tunneling, da komme ich dann später nochmal drauf. Richtig lustig wird es, wenn Sie so etwas wie Kabel Deutschland haben, da habe ich das schon in der Praxis gesehen. Kabel Deutschland macht sogenanntes Dual-Stack-Lite, das heißt, dort hat der Internetanbieter ausschließlich IPv6. Ja, der hat irgendwie gesagt, ich bin es leid, hier mit diesem ganzen IPv4-Quatsch rumzuhandwerken und deswegen haben wir also im MAN nur IPv6-Inbetrieb und wir verteilen jetzt an unsere Kunden spezielle Router, spezielle NAT-Router, die die IPv4-Pakete, die die vielleicht bei sich lokal benutzen, in IPv6-Pakete verkapseln. Das heißt, da gibt es einen sogenannten Tunnel und in einem IPv6-Paket wird ein IPv4-Paket transportiert zu einem Carrier-Grade-NAT-Router, das heißt, Kabel Deutschland betreibt einen CGN-Router mit einer globalen IPv4-Adresse und der ist auf der anderen Seite für die ganzen Kundennetze über IPv6 erreichbar. Und jetzt können also die lokalen Netze der Kunden ihre IPv4-Pakete nehmen, der NAT-Router packt es in IPv6-Paket, das geht an den Carrier-Grade-NAT-Router, der hat eine globale IPv4-Adresse und kann damit die Daten wieder weiterschicken. Wenn Sie aber in Ihrem Netz IPv6 sprechen mit Ihrem Router, dann kann der Router ja sowieso IPv6 und dann gibt es eine direkte Kommunikation. Warum erzähle ich Ihnen das? Sie sehen hier, dass diese ganze IP-Problematik, obwohl wir sowas wie NAT haben, schnell kompliziert werden kann. Und dieser Dual-Stack-Betrieb, den wir hier beispielsweise sehen, führt teilweise auch zu lustigen Problemen auf der Seite der Client-Anwendungen, weil je nachdem, ob die jetzt mit dem Server über IPv4 oder IPv6 reden, verhält sich die Sache mal so und mal so. Es ist mal langsam oder mal schnell oder Verbindungsaufbau geht, Verbindungsaufbau geht nicht. Und deswegen schauen Sie mal ruhig, was Sie bei sich zu Hause haben. Wir können das dann gerne mal in den Übungen am Detail diskutieren. Zusammenfassung für heute. Was haben wir kennengelernt? Wir haben uns unterhalten über die Protokolle von Layer 4, also der Transportschicht im Internetmodell. Das sind TCP und UDP. Wenn Sie reines IP haben wollen, lediglich mit Portnummern, dann nehmen Sie UDP. Wenn Sie sich als Anwendung einfach nicht kümmern wollen und einfach nur Daten an den Server schicken wollen und kriegen die zurück und müssen nicht über Paketverluste nachdenken, dann nehmen Sie TCP. Das ist das, was alle tun und damit sind Sie auf der sicheren Seite. Programmieren kann man mit diesen beiden Protokollen direkt, indem man die sogenannte Socket-API benutzt. Dazu gibt es dann noch ein Video und somit haben Sie damit jetzt alle Grundlagen gelegt, um wirklich beliebige Anwendungen, auch mehrere auf dem gleichen Rechner, miteinander kommunizieren zu lassen und wir sind damit mit den Protokollen, die das Internet zusammenhalten, durch und können uns dann ab dem nächsten Video mit den Fragen beschäftigen, wie man denn jetzt auf der Anwendungsebene auf der Basis von TCP-IP und UDP-IP irgendwelche Funktionalitäten für verteilte Systeme realisieren kann. Das war es für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.